Teil 16 Spezial Dracos Ängste Draco lächelte, als Hermina am Eingangstor des Malfoy Manners erschien. Trotz der eigentlich kühlen Temperaturen des Winters trug sie ein helles Sommerkleid, welches ihre Beine im lauen Wind sanft umspielte. Ihre Stimme war zart, als sie ihn begrüßte, und er erwiderte ihre Umarmung begeistert. Sofort fühlte er sich geborgen, und dieses Gefühl verschwand auch nicht, als sie in sein Anwesen eintat. Sie lächelte ihn an, und Draco musste automatisch zurücklächeln. Ich möchte dir etwas zeigen, raunte er ihr zu und nahm ihre Hand. Wie selbstverständlich umschlossen sie ihre Finger, und Draco führte sie wie ferngesteuert zu dem Salon, in dem der Stammbaum der Familie Malfoy hing. Er wusste eigentlich nicht, was er ihr zeigen wollte. Stattdessen schaute er nun auf seinen Narben, neben dem sich noch der von Astoria befand, und unter dem Scorpius als einziger Nachkomme stand. Ich, ich kann dich verstehen, murmelte nun Hermine, obwohl er nichts gesagt hatte, was sie hätte verstehen können. Er schaute zu der Brunetten, und ihr Ausdruck änderte sich. Aber ich kann dir nicht verzeihen. Hart trafen ihn diese Worte, schnitten regelrecht Löcher in sein Herz. Er wollte etwas sagen, aber seine Kehle war wie zugeschnürt. Er wollte nach ihr greifen, doch sie verschwand. Verwirrt schüttete Draco seinen Kopf und starrte schließlich wieder zu dem Stammbaum. Wie von selbst fiel sein Blick auf das Geburtsdatum von Scorpius, Hyperion, Malfoy. Gerade als er sich wieder abwenden wollte, um Hermine zu suchen, bewegte sich die Wolle und formten neue Zahlen. Überfordert sah Draco zu, wie der magische Teppich neben dem Geburtsdatum seines Sohnes sein Sterbedatum webte. Den heutigen Tag. Es dauerte einen Moment, bis die Erkenntnis in ihn aufstieg, und er schrie. Schreien setzte Draco sich in seinem Bett auf und fuhr sich mit zitternden Händen durch sein Haar. Er hatte schon lange keine schlimmen Albträume mehr gehabt und schon gar nichts so ein realistischen. Mühsam versuchte er tief ein- und auszuatmen, um sein schnell schlagendes Herz zu beruhigen, doch er hatte keinen Erfolg. Er brauchte Gewissheit. Er kämpfte sich aus seinem Bett und stand nach wenigen Minuten in dem Salon, der die Hauptrolle in seinem Traum gespielt hatte. Mehrere Lichtkugeln ließen den ganzen Raum erhellen und doch fühlte Draco sich unbehaglich. Erst als sein Blick auf den Stammbaum fiel, beruhigte er sich. Es befand sich kein Todesdatum neben Scorpios Namen. Erleichtert seufzte er auf und ließ sich in einen der Sessel fallen. Erst jetzt merkte er, wie kalt es eigentlich war. Zitternd erhob er sich wieder und verließ den Salon. Aber er wollte sich nicht wieder in sein Bett legen. Viel zu präsent war noch der Traum. Viel zu sehr vermisste er das Gefühl der Geborgenheit. So blieb er an der Zimmertür von Scorpios stehen. Er wusste nicht, ob er überhaupt von Elvis zurückgekommen war. Immerhin hatte er ihm erlaubt, bei ihm zu übernachten. Vorsichtig und leise öffnete er die Tür und schaute, wie schon so oft, in das Zimmer seines Sohnes. Mit den Jahren hatte sich sein Reich verändert und doch trug es seine Handschrift. Als Draco nun die hellen, blonden Haare trotz des schwachen Lichts erkannte, lächelte er erleichtert. Er war zu Hause, ihm ging es gut. Er schlief, so wie er es eigentlich auch tun sollte. Doch dann stutzte Draco. Neben dem blonden Schopf erkannte er etwas Schwarzes. Konzentriert starrte er das Doppelbett an und verzog seinen Mund nach unten, als er sich sicher war, dass Elvis Potter neben seinem Sohn lag. Auch wenn er gesagt hatte, dass er die Beziehung akzeptierte, bräuchte er auf jeden Fall noch Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Leise schloss er die Tür wieder und seufzte einmal laut. Scorpius war glücklich, das war alles, was ihn interessieren sollte. Trotzdem wollte er sich nicht vorstellen, was die beiden zusammen machten. Kopfschüttelnd entfernte er sich von der Tür und schlenderte langsam weiter, bis er in seinem Schlafzimmer stand. Es war noch tiefste Nacht, doch Draco hatte das Bedürfnis, Hermine zu sehen. Er bräuchte jemanden, mit dem er über all das reden könnte. Und er könnte sich niemand Besseres vorstellen, als die ehemalige Gryffindor. Der Traum hatte nur seine Ängste wiedergeschwiegelt, das war Draco klar. Hermine hatte ihm längst gesagt, dass sie einen Neuanfang wagen könnten und dass sie seine Entschuldigung von damals akzeptierte. Und doch hatten sie bisher noch kein richtiges Date gehabt. Immer kam ihr etwas dazwischen und sie wollte ihrer Familie noch nichts sagen. Sie sollten erst einmal die Scheidung von ihrem Ex verarbeiten. Draco ballte seine Hände zu Fäusten und ließ sich dann doch wieder auf sein Bett fallen. Er sehnte sich nach der Geborgenheit, die er in Hermines Nähe immer spürte. Und er würde nicht aufgeben, bis er sie endlich wieder spüren könnte.